Nachdenkseiten Die kritische Website Poroschenko fordert von Wahlsieger Selensky Bekenntnis zur NATO Von Ulrich Heiden, verantwortlich Redaktion Ulrich Heiden berichtet über die Wahl in der Ukraine und ordnet das Ergebnis ein. Außerdem skizziert er bei dieser Gelegenheit die gefährliche rechtsnationale und gewaltbereite Stimmungsmache, gerade auch im Poroschenko-Lager und den nahestehenden Medien. Panikstimmung im Poroschenko-Lager Manche wollen jetzt gegen Verräter in den Kampf ziehen. Julia Timoschenko erkennt Wahlergebnis nicht an und spricht von Fälschungen. Im Wahlkampfstab des ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Volodymyr Selensky wurde in der Nacht auf Montag gefeiert. Ich habe noch nie so viele Fernsehkameras gesehen, scherzte der 41 Jahre alte Showmaster, der in der Ukraine durch seine Satiresendung 95. Quartal berühmt wurde. Selensky bekam 30,16 Prozent der Stimmen, gefolgt von Poroschenko mit 16,71 und Timoschenko mit 13,09 Prozent. Für den russlandfreundlichen Kandidaten Yuri Boyko, der sich am 22. März in Moskau demonstrativ mit dem russischen Ministerpräsidenten Dmitry Medvedev getroffen und mit ihm über die russisch-ukrainischen Handelsbeziehungen gesprochen hatte, stimmten 11,51 Prozent der Wähler. Auf die erste Frage von einem Journalisten, was er Putin bei einem Treffen sagen würde, erklärte Selensky-Keck, gibt es denn schon ein Datum, wann ich Putin treffen werde? Als er erneut gefragt wurde, was er dem russischen Präsidenten sagen werde, erklärte der Wahlsieger, Sie werden uns unsere Territorien endlich zurückgeben, wir müssen auch noch über Entschädigungen reden. Überraschungssieg Dass der junge Showmaster den Amtsinhaber mit 14 Prozent der Stimmen überflügelt, war eine Überraschung. Offenbar hat Selensky, der als Politiker noch unverbraucht und nicht in Korruption verwickelt ist, viele Wähler zu den Wahlurnen mobilisiert. Insbesondere im russischsprachigen Südosten der Ukraine stimmten viele für den Komiker. Nach dem Stand der Auszählung von 45 Prozent der Stimmen am Montagmorgen erreichte bei der ukrainischen Präsidentschaftswahl keiner der 38 Kandidaten 50 Prozent und eine Stimme, weshalb es aller Voraussicht nach am 21. April zu einer Stichwahl der beiden stärksten Kandidaten kommen wird. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der zentralen Wahlkommission bei 63 Prozent. Allerdings wird diese Ziffer von vielen Kritikern angezweifelt. Das offizielle Ergebnis der Wahl wird in zehn Tagen bekannt gegeben. Die am Sonntagabend veröffentlichten Exit-Poll-Umfragen bestätigen, dass Julia Timoschenko nur auf Platz drei steht. Die Unterlegene erkannte die Ergebnisse der Exit-Poll-Umfragen nicht an. Bis Montagabend werde man sich die Originale der Wahlprotokolle besorgen, erklärte Timoschenko. Sie rief ihre Anhänger dazu auf, zu den Wahllokalen zu kommen und die Auszählung der Stimmen zu überwachen. Timoschenko und Beuko sprechen von Wahlfälschungen Die unterlegene Kandidatin Timoschenko beschuldigte den ukrainischen Geheimdienst SBU. Dieser habe bei den Wahlen provoziert und gefälscht. Am Sonntag liefen in Kiew maskierte und schwer bewaffnete Mitarbeiter des SBU-Patrouille. Außerdem waren gepanzerte Fahrzeuge des SBU auf den Plätzen der Stadt zu sehen. Auch der Kandidat Beuko sprach von Wahlfälschungen. Die Zentrale ukrainische Wahlkommission dagegen erklärte, es seien keine ernsten Verletzungen der Wahlordnung festgestellt worden. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden bis Sonntagabend 22 Uhr 2100 Meldungen über die Verletzung der Wahlordnung registriert. 39 Strafverfahren seien eingeleitet worden. Doch ein neuer Maidan, von dem in Kiew schon seit zwei Jahren geredet wird, ist nicht wahrscheinlich, meint das oppositionelle Internetportal Strahner UA. Die Menschen würden lieber zur zweiten Wahlrunde gehen. Poroschenko Ich verstehe kritisch und nüchtern das Signal, welches die Gesellschaft der Macht heute gibt. Das ist eine harte Lehre für mich und für unsere ganze Mannschaft. Das ist ein absolut ernster Anlass für eine genaue Arbeit an den Fehlern, die in den letzten Jahren zugelassen wurden. Der Präsident forderte alle die Kandidaten, welche fest auf der patriotischen, pro-ukrainischen Plattform stehen, auf, sich für die zweite Wahlrunde zusammenzuschließen. Dass Poroschenko die schwere Schlappe durch Bündnisse mit Timoschenko oder Beuko noch wettmachen kann, ist unwahrscheinlich. Das psychologische Plus liegt bei dem Gewinner der ersten Runde. Vor der Stichwahl will Poroschenko sich in öffentlichen Wahldebatten seinem Herausforderer stellen. Offensichtlich hofft der Unterlegene den Politneuling, durch sein Fachwissen und seine Autorität als vom Westen unterstützter Präsident der Ukraine ausstechen zu können. Poroschenko fordert Bekenntnis zu EU und NATO Poroschenko unterstellt Zelensky Weichheit und Nachgiebigkeit. Am Wahlabend erklärte der Amtsinhaber, jeder von uns muss die Antwort auf die wichtigen Fragen geben, wird das Land seinen Weg in die EU und die NATO fortsetzen oder wird es sitzen und in einem Referendum auf die Erlaubnis des Kremls warten. Das war eine Anspielung auf Zelensky, der vor einem NATO-Beitritt vermutlich ein Referendum abhalten wird. Zelensky sei einfach nicht der richtige Mann bei Gesprächen mit Putin, erklärte Poroschenko am Wahlabend in seinem Wahlkampfstab. Der Amtsinhaber warnte, in Russland werden zu Gesprächen nicht Maxim Galkin und Yevgeny Petrosyan, zwei russische Komiker, antreten, sondern Putin. Panik unter Poroschenko-Anhängern Obwohl Zelensky mit Shows vor ukrainischen Soldaten aufgetreten ist, die im Donbass kämpfen, obwohl er eine Million Griefner für die Verteidiger des Vaterlandes gespendet hat und obwohl seine Unterhaltungsshow Abendliches Quartal im russischen Fernsehen gestrichen wurde, weil Zelensky sich über russische Politiker und die Bewohner des Donbass lustig gemacht hatte, schlägt dem Wahlsieger jetzt der Hass aus dem Poroschenko-Lager entgegen. Im Poroschenko-Lager gibt es eine regelrechte Panik. Nationalistische Politologen, Blogger und Feldkommandeure glauben nicht mehr an einen Sieg von Poroschenko in der zweiten Wahlrunde. Die Bevölkerung sei dumm und erkenne die großen Leistungen des Präsidenten nicht an, der wie ein Titan gearbeitet habe, meinen diese Leute. Die Bevölkerung folge Verrätern wie Zelensky, Timoschenko, Boyku, Wilkul und anderen Vertretern Moskaus, so der Journalist Aydam Mustabayev. In Deutschland wird leider nicht realisiert, was für eine nationalistische Gefolgschaft sich der Oligarch Petro Poroschenko mit seinem Sieg im Donbass und seinem Wahlkampf unter dem Slogan Armee, Sprache, Glaube herangezogen hat. Deshalb hier zur Veranschaulichung einige Originalzitate aus dem Poroschenko-Lager. Der Politologe Taras Berosevest erklärte über die Hälfte der Bewohner der Ukraine, fühlen sich nicht als ihre Bürger, das sind keine Bürger, das ist Bevölkerung. Der Blogger Alexej Petrov schrieb, die Wähler von Zelensky folgten primitiven Bedürfnissen. Sie wollten nur pissen, kacken und fressen. Allerdings haben wir im Magazin noch letzte Patronen. Entweder wir führen den letzten Kampf oder uns bleibt nur, die patriotischen Tattoos abzuziehen und langsam die kurze Episode in unserer Geschichte zu vergessen, als wir fast siegten. Der härteste Kommentar kam von dem Journalisten Aydam Mustabayev. Gemeint sind offenbar Gebiete im Südosten der Ukraine, in denen Zelensky und Boyko ihre besten Stimmergebnisse holten und die bei einer Ausweitung des Bürgerkriegs verloren gingen. Aus dem Chor des Hasses schert nur einer aus. Michael Saakashvili, der ehemalige Gouverneur von Odessa und ehemaliger Präsident Georgiens, der die Ukraine auf Druck von Poroschenko verlassen musste, rief die demokratischen Kräfte in der Ukraine auf, Zelensky ohne jede Vorbedingung zu unterstützen. Die Niederlage von Poroschenko und seiner Clique sei eine fantastische Chance für die Ukraine. Saakashvili kennt die Ukraine über Jahre aus eigener Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung versteht er offenbar, dass die pro-westlichen Kräfte in der Ukraine nur mit Zelensky eine Chance haben. Poroschenko ist einfach zu verbraucht. Die ARD sorgt sich um den antirussischen Kurs Die ARD mischt sich mal wieder einseitig in die ukrainische Innenpolitik ein. ARD-Korrespondentin Ina Ruck bemängelte in ihrem Bericht aus Kiew am Sonntagabend unter Bezug auf europäische Botschafter in Kiew die mangelnde politische Erfahrung von Zelensky, dieser werde von Putin zum Frühstück verspeist. Die Korrespondentin erinnerte daran, dass Zelensky auch Oberkommandierender der ukrainischen Armee werden kann und legte nahe, dass das für einen Politneuling nicht das richtige Amt sei. Die Ukraine stehe in einem Krieg und habe ein schweres Zerwürfnis mit Russland. Vor diesem Hintergrund sei Poroschenko, mit dem der Westen nun seit fünf Jahren gedeihlich zusammenarbeitet, der geeignetere Mann legte die Korrespondentin nahe. Ruck erklärte, sie hoffe, dass die Ukrainer sich besinnen und nach einer Protestwahl dem Amtsinhaber in der zweiten Runde doch noch einmal ihre Stimme geben. Meine Frage? Warum beschränkte sich Ina Ruck bei ihrer Arbeit in Kiew nicht auf Gespräche mit der Bevölkerung und Interviews mit den Kandidaten? Warum musste sie sich in die Pose einer Außenpolitikerin werfen? Russland – ein Land ohne Wahl Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskov hatte am Sonntag erklärt, der Kreml werde den Wahlkampf in der Ukraine nicht kommentieren. Das sollten die Ukrainer selber tun. Ob man die Wahlen anerkennen werde, hänge davon ab, wie sie ablaufen. Das erste Mal seit der Auflösung der Sowjetunion waren zu den Wahlen in der Ukraine keine Beobachter aus Russland zugelassen worden. Putins Sprecher Peskov erinnerte an 10 Millionen Ukrainer, die in Russland oder in der Ukraine leben, aber keine Erlaubnis erhalten haben, ihre Stimme abzugeben. In einer Talkshow im russischen Fernsehen am Sonntagabend forderte der russische Nationalist Wladimir Schirinovsky, die Wahlen in der Ukraine nicht anzuerkennen. Schirinovsky, der für seine unkonventionellen Vorschläge bekannt ist, regte an, darüber nachzudenken, mit den 2014 nach Moskau geflüchteten Ministern der Ukraine eine alternative ukrainische Regierung zu bilden. Russland könne diese Regierung dann anerkennen, so wie Trump es mit Guaido, dem Parlamentschef von Venezuela, gemacht hat. Der Leiter des Komitees für Auswärtige Beziehungen des russischen Föderationsrates, Konstantin Kosatschow, erklärte am Montag, in der Ukraine habe es Wahlen ohne Wahl gegeben. Die Bürger hätten nur zwischen 50 Schattierungen von Grau wählen können. Der Weg der Ukraine in die EU und die NATO sei vorgezeichnet. Kosatschow erklärte, Europa sehe seine Interessen in der Ukraine am ehesten durch Julia Timoschenko vertreten, da sie theoretisch mit allen, auch mit Moskau, verhandeln kann. Sie könne den Konflikt in der Ukraine, von dem Europa müde sei, auflösen. Doch Timoschenko gefalle den USA nicht. Die USA wollten die Niederlage Russlands. Deshalb setzen sie auf Poroschenko. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die